Peace Leute und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Im Großen und Ganzen ist das hier wieder diese Ansage, wie sonst auch immer kommt, vor dem Video, also vor dem Intro. Naja, es ist mal wieder so, ich, Butter und Darkfire haben wieder Badwars gespielt. Was heißt Badwars? Das war mein erstes Mal. Aber die Runde war irgendwas mit 40 Minuten, ich glaube 45 Minuten oder sowas. Und ich habe das mal wieder ganz fein geschnitten. Jetzt ist es irgendwie 10 Minuten bei rausgekommen oder sowas um den Dreh. Und ich halte jetzt einfach mal die Klappe, lasse das Intro abspielen und viel Spaß beim Video. Audio Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Badwars mit dem Gaming-Maisy Samurai Peace. Ah, das kam ziemlich spät. Und dem Darkfire Hunter. Hallo. Oh, das war mein Pief. Im letzten Zeitpunkt ganz schön viel mit dir auf Darkfire, kann das sein? Ja, kann sein. Und wir sind natürlich auf dem GOMM-Server, wo halt Badwars ist. Oh, ich finde die neuen Lobby so ekelhaft. Da hinten im Raum. Da sind die Villager. Im Raum? Ja. Da hinten ist das Bett. Das müssen wir für jeden Fall beschützen. Ja, wir können die Türen hier zu machen auch. Kann man die Blöcke drumherum kaputt machen? Das ist ja mal richtig geil gemacht mit den Dings. Mit dem Villager. Oh ja, richtig geil. Ah, da hat sich gerade das ganze Eisen geschnappt. Achso, ja, ne? Da gab es noch einer, das nicht, kann ich sagen. Die, ähm... Ich habe auch eins bekommen. Nein, nein, nicht mit den Blöcken da. Wir machen das mit anderen Blöcken. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach den gesamten Raum zu, oder? Ja, okay. Ich habe auch einen richtig, richtig Scheiß-PC und der wird immer schlechter. Ich freue mich auf einen Gamer-PC, YouTube Money und so, weißt du? Wer einen schöner kaufen kann. Jetzt solltest du eigentlich das YouTube Money-Lied einblenden. Oh, hier Gold, Alter. Da kommt einer, da kommt einer. Mit Bogen, mit Bogen. Oh, einer. Ich habe mir ein bisschen, ich habe mir ein bisschen was von Gold geholt. Ich bin dann gerade wieder zurück. Ich versuche zumindest zurückzurennen. Falls er mich jetzt trifft, dann bin ich am Arsch. Wieso habe ich nur so wenig Gold? Ich habe doch wie viel mehr Gold machen gehabt. Ich habe drei Stück. Ich habe drei. Hä? Die nehmen Sie. Ich hatte... Äh... Okay, danke. Dann mache ich mir schnell jetzt mal einen Bogen. Oh, ja, hier übrigens Branzen, so könnt ihr so viel ausgeben, wie wir wollen. Einer, was für einen Shot, Alter. Ja, man kriegt jetzt übel, der Bro hier gerade. Was für einen Shot schon wieder, Mann. Wie treffe ich die? Oh, den ist neckig runter. Den ist neckig runter. Lass die da hinten mal, die battlen sich gerade übelst gut. Weil die den... Oh, verdammt. Du siehst aus wie Bud Spencer mit der Hose einfach, bist du deinen Bauchnamen. What the fuck? Wie... Ich habe übelst viel Kram gerade. Sieht aus wie Bud Spencer. Wir haben... Ich habe 25 Eisen, Alter. Das werde ich natürlich verwenden, Alter. 25 Eisen? Hä, wo ist das her? Mach dir daraus die beste Rüstung, die ist gar nicht so teuer. Nein. Ey, hätte ich Opti-Fallen. Oh, ich habe ihn trotzdem noch getrunken. Ich habe ihn auch getroffen. Ich bin gerade... Ach, sie ist schlecht im Schießen. Ich kann das gerade... Ja, du hast ihn getroffen. Oh, du hast ihn runtergespannt, Alter. Sieht auch so geil, ist so richtig japanisch. Oh, Blacker, oh, cool. Hey, ja. Mach weiter. Mach weiter. Du gibst mir keine Befehle. Ja. Ja, halt Schnauze und mach einfach. Ja, halt Schnauze und mach einfach. Ja, komm, mach weiter. Oh, der Babu, ja. Gelben. Die Gelben. Die Roten kommen auch. Jeder kümmert sich immer um eine Seite. Okay, ich kümmere mich gerade um die Gelben. Aber bei denen ist gerade ein bisschen schwierig. Und da sind zwei. Dann hat sich um unsere Seite. Ich bring mal kurz das Gold zurück. Ich habe ein halbes Herz und ich sehe es jetzt erst. Einer muss aber jetzt in der Mitte bleiben, ne? Ich bin gerade in der Mitte, aber ich habe ein halbes Herz und noch, ne? Einen Bogen, ein Pfeil und ich bin weg. Dann geh lieber, dann geh lieber. Das bringt nichts. Dann renne ich jetzt zurück und recke mich in der Zeit noch schnell. Ja, ich kaufe mir Blöcke. Ich versuche so lange hier durchzuhalten. Pass auf, sonst kommen die nämlich alle. Micky, 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 Micky. Ich komme. Ich komme gerade überall ein bisschen hin. Okay, ich kümmere mich um die Seite. Du kannst dich um die anderen kümmern. Nein, oh Mann, oh Mann, Alter. Das ist echt. Also, Bad Wars, das ist echt so ein Spinnungssystem. Das ist geil, das ist geil. Das finde ich richtig geil, das kann man jetzt richtig suchteln. Ja, aber das ist eher so, ich liebe allgemein so Basisspiele. Ja. Man schickt mich irgendwie immer. Und hier, der Gomez-Servater hat das viel geiler gemacht, irgendwie, wie die anderen selber. Ja, finde ich auch. Oh, ich glaube, die geben mir gleich. Die gelben kommen immer näher in der Mitte, ne? Ja, ja, scheiß drauf. Micky, dann verpiss dich dann und übernehme ich deine Stelle. Ja, ich und Butter sind hier. Ne, ich bin gerade, ich bin gerade, mir geht's gut. Also, ich wollte nur sagen, dass die immer näher kommen. Wenn du essen brauchst, sag mir, ich hab dabei. Ja, ich hab gar nichts. Aber noch verhungere ich nicht. Okay. Ja. Micky, Micky, Micky. Ich lege es dir in die Mitte. Okay, nicht so viel, Alter. Da ist einer, Alter, da unten drin. Au. Wir sind irgendwie voll das aktive Team, ne? Ja, die anderen sind irgendwie ausgestorben. Ich glaube, die haben schon verloren, oder irgendwie so. Ich glaube, den Spawnblock war doch schon abgebaut. Guck mal, wie wenig der Spawnblock ist. Das war wahrscheinlich unser Spiel. Wir hatten eine Spitzhacke. Wir stürmen jetzt das Gelbe. Oh, Alter, ich krieg richtig viel. Das Gelbe noch nicht, warte. Oh, jetzt haben die das zugebaut. Ich geh mir jetzt mal den stärksten Bogen machen. Wir haben genug Gold. Oh, die Gelben kommen. Ach, verdammt, das Stärkste. Ah, da mach ich schon Salty. Alter, was war denn das? Team Blau, der Spawn-Teil wurde abgebaut. Jetzt erst? Ja. Darkfire? Ja. Hier, hier hast du ein Schwert. Warte, ich guck grad noch Blöcke, die sind wichtig. Und Micky? Ja. Ich geb dir auch direkt noch ein Schwert. Ich hab ein Schwert mit 4 angelegt. Ich wollte aber ein Eisenschwert. Ah, verdammt, das sind Goldschwerter, ne? Ach, verdammt, das sah aus wie ein Eisenschwert. Aber diese Map hier find ich noch so richtig geil gemacht. Ja, die ist richtig cool. Richtig cool mit K-U-H-L. Deswegen spiel ich Bad Wars so gerne. Dann machst du locker ein K-U-H-L draus, oder? Na, 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 na. Ja, am besten von vorne. Die sind schon ganz weit. Scheiße, scheiße, hat jemand eine Spitzhacke, schnell. Darkfire, Darkfire, komm. Ja, hab ich. Lauf einfach drüber, ich hol den mir jetzt. Ich hol den mir jetzt. Oh, verdammt. Ah, fuck, 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 fuck. Ich komm auch zurück. Ich hab... Wie ist denn der so weit gekommen? Tod ist er. Er ist tot. Hat denn der Enderpferle geworfen? Hä, wie ist der so weit gekommen? Der hat sich hier gebaut. Hab ich doch gemeint, die machen das. Benutze es doch, benutze es doch, um zu denen rüber zu kommen. Die kommen da auch. Mit Bogen, da vorne. Ich werde mich hier um die Basis kümmern und gucken, dass hier keiner reinkommt. Ich auch, ich kümmer mich erstmal hier auch in der Mitte. Also, hier links. Also, äh, Micky. Ja? Wir bauen hier eine Doppelwand auf, also du kümmerst dich hier hin. Ich werde mich da hinten drum kümmern, dass wir auch noch ein bisschen Gold kriegen. Geil, was darf ich denn bitte? Ich mache aber diesmal nicht mehr so scheiße. Hier ist ein Roter bei uns, Roter, Roter. Was? Oh Gott, wir haben die Roten, kannst du vergessen. Wie kommen die denn her? Ich snack ihn runter. Hast du ihn? Weiter. Fast. Ich bin selber runtergefallen. Der ist bei uns. Der ist bei uns. Ich glaube, ich habe ihn. Hast du ihn? Nee, der ist hier noch. Der ist hier noch. Ich bin im Wasser. Der ist bei uns. Der ist hier vorne. Oh, jetzt habe ich ihn. Der ist aber noch. Ist er weg? Der schwimmt. Okay, ich habe ihn. Okay. Ich habe ihn im Wasser fallen. Ich schwöre am Akkund, Alter. Ja, wir waren unten. Ich habe ihn noch gerettet. Okay. Von wegen retten und jetzt bin ich fast runtergefallen. Bist du wirklich gerade runtergefallen? Oh, fast. Ich bin hier vorne noch. Oh Gott, Micky. Mein Herz. Ja, ich bin so fast runtergefallen, als ich das beschützen wollte. Und der hat sich auch die ganze Zeit so gerettet. Okay, jetzt könnten wir eigentlich mal eine Basis stürmen. Ja, der kommt wieder. Da ist einer der Roten. Wollen wir die Roten das übernehmen lassen? Die Roten stürmen gerade wieder hierher. Die macht gerade... Nein, die stürmen gerade die andere Basis, glaube ich. Die Roten kommen gerade zu uns, Mann. Über diesen einen Weg. Und ich treffe die auch noch die ganze Zeit. Ich halte die Sonne zu lange im Schacht. Aber warte, der ist gleich down, Alter. Ich mache den jetzt jetzt down. Ey, die kommen zu uns. Darkfire, komm lieber zu uns. Darkfire. Die wollen per dieser Brücke wieder zu unserer Basis. Ja, ich habe gerade noch einen Gelben getötet. Weil der Fischi kann sich nicht drum kümmern. Ich werde mich mal da hinten drum kümmern. Darkfire, hilf du mal dem Miki jetzt bitte die Roten zu bewegen. Ja, mache ich gerade. Dann haben wir nur noch die Dings Gelben vor uns und dann haben wir gewonnen. Die Gelben, da habe ich gerade auch noch einen getötet. Oh, Alter. Ich bin tot, Jodo, ich bin tot. Da war noch einer drin und hat die ganze Zeit gesneakt. Ich dachte, dass wenn nur dieser einer da drin wäre, die sind gestorben. Ja, ich habe doch gesagt, da ist einer mit einer X-Rüstung. Aber in der Kiste ist ganz, ganz viel Kram drin, also. Leute. Mach da weiter, grab weiter, grab weiter. Grab weiter, grab weiter. Hä? Ach so. Hä, die dealen hier. Ich glaube, die... Hä? Haben wir gerade Frieden mit... Warte, ist der Baba... Der Baba ist ja gar nicht mehr da. Die haben Geld so lange verloren. Unser Fischcrafter dealt gerade mit den Roten. Wie meint er das? Er gibt ihm Gold. Habe ich vorhin schon gesehen. Warum? Nein, Darkfire, nicht da durchlaufen, nicht da durchlaufen. Da sind überall Löcher. Hier sieht man erst gar nicht. Und da, Miki, da rennt gerade einer in unsere Basis. Hä? Warum gibt er den Gold? Ist der eigentlich behindert? Doch, da hinten habe ich eben gerade einen gesehen. Der rennt gerade in unsere Basis. Oh Gott, der ist gleich da, der ist gleich da, der ist gleich da. Oh, ich habe, ich sehe ihn. Fuck, 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 fuck. Der ist schon mal weg? Schnell, 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 schnell. Ich nehme schon mal mein Schwert. Nee, 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 du. Der darfst nicht einen einzigen Block bauen. Das ist der Brokkoli schon wieder. So, weg. Der hatte keine Chance, Alter. Das ist erledigt, los. Wir stürmen jetzt Team Rot, Alter. Ich werde mich hier rum. Oh, ich habe wieder 20 Gold. Wir stürmen Team Rot über ihre eigene Brücke. Los, schnell. Ja, einer muss hier bleiben. Und unser Typ da. Alter, wer hat denn hier so viel das ganze Gold ausgegeben? Ja, das ist unser Typ. Der hat einfach den Roten das Gold gegeben. Warum? Keine Ahnung, der Deal gegen das. Vielleicht eine faire Chance oder so ein Scheiß. Ja, aber das ist voll behindert. Der dealt mit denen einfach. Was ist denn jetzt mit Gabe eigentlich, hast du gesagt? Gabe ist halt down. Ich und Butter haben es erledigt. So, der ist auch weg. Ich habe richtig viele Kills, Alter. Okay. Ich unterhalte sie von hier. Ich möchte Rotfrieden machen. Wo ist denn das geschissene Bett noch mal? Ja, Leute, in der Mitte. So, Leute, komm her. Party in der Haus. Bam, ey. Der letzte noch. Was fehlt denn jetzt noch? Von Wosen noch, Leute. Ein Tüppel ist hier noch irgendwo, der versteckt sich jetzt wahrscheinlich unendlich lang. Maratür, der ist irgendwo auf der Insel hier hinter uns, glaube ich. Da war der Scheiß, Alter. Ach, da oben bist du. Oh, ich sehe ihn sogar. Wo ist denn der? Da oben, auf dem Dach. Ja, jetzt hast du ihn. Ja, wir haben es. Ja, wir wollen. Ja, wir wollen. Ja, so läuft das Alter. Beste Runde aller Zeiten. Wie lange war das jetzt? Drei Stunden? Ja, Mann. Alter, dann beenden wir die Folge von heute, gell? Ja, würde ich auch sagen. Das war aber eine richtig geile Runde. Ja, bis. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Schauti. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.